Und ja, bei den Beastmen kann ich keinen sehen und hier sehe ich auch keinen bei den Minotauren, lustigerweise. Minotaurus-Richter, ja. Zur Stelle! Das ist nicht weit! Untertitelung des ZDF, 2020 Das Bauwerk ist vollendet. So, jetzt brauchen wir genug Holz für... Oh, es kommt doch Urox von dort. Machen wir genug Holz für ein kleines Haupthaus. Sprecht! Was ihr wollt! Was ihr wollt! Kleines Haupthaus, da... Wie ihr wünscht! Was ist euer Begehel? Zum Ruhme Ahrens! Danach gleich für ein Sägewerk... So, Sägewerk... Ich hoffe, dass ich jetzt den Urox abfange, dass... Von der Richtung keiner kommt. Und ja gut, der Urox hat Stufe 10. Die Linien müssen halten! Und der macht auch gut Schaden. Runenkrieger, zu mir! Vorsicht, Gegner! Was ist euer Begehel? Sofort! So... Wir setzen jetzt da ziemlich stark auf Elfische Industrie mal. Das Bauwerk ist vollendet! Zur Stelle! Es ist nicht weit! Meine heilige Pflicht! Dorthin! Gut, im Augenblick ist es recht ruhig. Das Bauwerk ist vollendet! Zur Stelle! Und wir können ein mittleres Haupthaus errichten. Zum Ruhme Ahrens! Zum Ruhme Ahrens! Ja, die drei Arbe... Vier Ar... Fünf Arbeiter... Ah... Zählen! Das Bauwerk ist vollendet! Oh! Da tauchen! Stand halten, Männer! Die wollen also doch auch ein Stück... Oh, da ist ein Spawner aufgetaucht bei denen! Das ist ein Hinterhalt! Das ist ein Hinterhalt! Gut... Äh... Äh... Naja... Das hab ich so sehr ablenken lassen... So... Dann wieder fünften neue... Die können dann nämlich hier unten gleich mit dem Leniassammeln anfangen... Leniassammeln nämlich auch... So... Dass wir auf... Mitschützen gehen können... Das ist nicht weit! Äh... Leniassammeln auf der nächsten Seite... Passt genau zwischen das Leniassammeln... Wie ihr wünscht! Und da kommt noch Minotaurus angewatschelt... Sprecht! Dorthin! Was ist euer Begele? Sprecht! Das Bauwerk ist vollendet! Das ist nicht weit! Ihr könnt auch unten ein bisschen weiterhacken, wenn ihr wollt... Sprecht! Im großen Haupthaus warten wir erst mal... Meine heilige Pflicht! Ja... Zum Ruhme Ahrens! So... Der ist tot! Das Bauwerk ist vollendet! So, jetzt könnten wir theoretisch die Schnaus bilden... Standhalten, Männer! Das Bauwerk ist vollendet! Das Bauwerk ist vollendet! Schon unterwegs! So, was brauchst du noch alles? Ich wünsche jetzt ein Elenhain... Zur Stelle! Sollte kein Problem sein, den zu bauen... Das Bauwerk ist vollendet! Sollte kein Problem sein... Das Bauwerk ist vollendet! Das Bauwerk ist vollendet! Ja, der Diener, der Tiefe da drüben... Den wollen wir auch irgendwann erreichen! Das Bauwerk ist vollendet! So, als nächstes die Schützenhalle... Ah, da können wir tief vielleicht... Ah, da wollte ich sie nicht hinhaben... Das ist nicht weit! Rasch! Da wollte ich sie hinhaben... Was ist euer Begehr? Die Schützenhalle kostet etwas Holz... Das Upgrade habe ich ausgeführt... Das Upgrade habe ich ausgeführt... Oh! 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 Zur Stelle. Das ist nicht weit. So sei es. Da unten bitte weiterhaken. Ihr Fünf werdet nachher dann meine Meisterjäger, sobald ihr genug Holz hier auch noch weggeschlagen habt. Und wieder ein Minotaurus. Der sterben möchte. Oh. Das wiederum finde ich nicht so toll. Standhalten, Männer! Das Bauwerk ist vollendet. Vorsicht, Gegner! Ich hoffe, da oben kommt jetzt nicht gleich wieder ein Minotaurus. Das ist nicht weit. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Noch eine Schützenhalle vielleicht errichten? Ja, hier. Blockiert halber den Weg nach unten, aber ist ja egal. Oh. Da kommen jetzt Minotaurin. Runenkrieger, zu mir! Oh, da kommen noch zwei. Stand halten, Männer! Jetzt wird es Zeit, dass ich Truppen rauskriege. Wir werden angegriffen! Vorsicht, Gegner! Runenkrieger, zu mir! Stand halten, Männer! Vorsicht, Gegner! Vorsicht, Gegner! Sch prestiert! Los bulletin, ab jetzt unten. Allez! Absicht. Schlepp. Alles gut. Sagen.